Guten Morgen, mein Name ist Jean Müller und ich bin Direktor auf der Klangmärter Mille. Als Geschichte geht es um, vor mehr als 300 Jahren auf der Heinrich-Mille, dass dort der echte Mille in Lützeburg war, seitdem ich von unserer Familie in verschiedenen Mille in Lützeburg war. Seit ungefähr 100 Jahren sind wir nur Mille in Lützeburg. Als wir durch die Supermarschee gegangen sind, haben wir gemerkt, dass es ganz viele Produkte gibt, die theoretisch auf Basis von Lützeburger Wesen oder Hardewesen gemacht haben, mit denen man schmulmert oder andere Serialen und dass das aber nicht der Fall ist. Und dafür haben wir diese Idee, einen Markt zu kreieren, Le Moulin, die dafür steht, dass die Produkte mit Serialen gemacht sind, die zu Lützeburg kürtiviert sind. Wir haben die Marke gelangt und haben uns natürlich vorgestellt, wie können wir gucken, dass alle Lützeburger Konsumenten als Produkte kennen. Und haben wir gesagt, das ist der beste Anfang, wenn wir alle Lützeburger Kinder ein Produkte geben. Wir haben uns gedacht, denjenigen, den alle der Arbeit lebt, als Post. Und dann haben wir mit der Post geschwäht und die waren, denen wir die gefallen. Und dann haben wir gesagt, es wird flott aber auch ein Partner dabei sein. Und auch an Engels, die wir da lanceren, das ist ein Lützeburger Produkte vom Lützeburger Ecosystem. Und auch eine Aktion für den guten Zweck zu machen, die auch zu Lützeburg reioniert. Und dafür haben wir auch die Quarouche dabei geholt. Und dann haben wir die Idee, mit der Post alle Lützeburger Foyen, das ist 260.000 Lützeburger Foyen, ein paar Nudeln zu schenken. Und alle Menschen, die nur auf den Social Media, auf Facebook oder auf Instagram, ein Foto davon gepostet haben. Und dann haben wir einen extra Pack und Quarouche geschenkt. Man muss sich sagen, dass das ein riesiges Success wird. Wir hatten über 10.000 Versionen auf den verschiedenen sozialen Resonen. Und dass dementsprechend viel Pack sind auch und Quarouche geschenkt in der Tests. Also wirklich für alle Partner voll und ervolle. Und ich habe ganz, ganz viel positive Feedback. Und das war voll ganz gut bei den Leuten gekommen. but das hat kein Kurz War gegen F transmission vor. und von uns in der Zentrale. Und zwischen uns in der Zeitstag Harisation.